Say Cheese! Say Cheese sagt man zum Beispiel bei einem Gruppenbild, wenn man will, dass alle schön lachen, dass es gut aussieht. Und der Wahlkampf, der jetzt gestartet hat, ist auch ein Gruppenbild. Wir kämpfen nämlich zusammen für unsere Schweiz, zusammen für die Ziele, die wir erreichen wollen, und für den Zusammenhalt in unserem schönen Land. Und es ist auch einfach Fakt, dass es niemand allein schafft, in den Nationalrat zu kommen. Es ist immer eine Gruppe, ein Team, das hinter einem steht. Und ich habe schon eine grosse Gruppe, die mich unterstützt, und ich bin von Herzen dankbar für diese grosse und grosszügige Unterstützung. Wenn du jetzt auch auf mein Gruppenbild möchtest, dann schick mir doch deinen Namen, Vornamen, Beruf, und deinen Ort in Aargau, wo du wohnst. Und ich würde es auf der Webseite von mir veröffentlichen, um zu zeigen, wie gross die Gruppe ist, das Gruppenbild, das der Wahlkampf reich macht und am Schluss auch erfolgreich. Sag auch du, say cheese und lach mit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.